Ciao Leute, was gab es für den Kanal auf YouTube? Can, du bist voll leise. Leute, wir machen heute die Challenge, wer es schafft länger zu überleben. In Slurpee gewinnt. Bei mir ist Gegner. 100 Euro, der ist locker lost. Ja, der ist lost, der ist lost. Der ist lost, der ist lost. Ich bin auch lost, ich bin auch lost. Belebt mich wenigstens. Leute, wir machen die gerade wieder in Challenge, wer es schafft länger zu überleben. Wer ist der beste Bruder, den nur das? Ja, du, du, du. Leute, es kommt auch die Tage neue Kamera. Dann sieht das hier oben nicht so pixelig aus. Sorry für die Quali gerade, Leute. Aber das werde ich alles ändern. Oh, ich brauche Leben. Ich brauche auch Leben. Green Life, warte, weiß. Wie kommt noch weißes Leben? Ja, Mecke. Nein, Leute, der darf nichts kriegen. Noch nicht. Als ob. Leute, 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 Leute. Nein. Was? Was? Ich glaube, du bist blindartig. Warum? Boah, sie ist. Was da? Als ob. Als ob der Lama war. Nein. Du live. Ein Mitglied. Leute. Ich habe das Lama nicht gesehen. Ich hätte das Lama nicht gesehen. Ey, das wäre zu krank geworden. Lama wäre zu wild geworden, Leute. Wir haben die nicht gegönnt. Komm mir mal nicht die ganze Zeit her, das ist scheiße. Wenn wir die ganze Zeit gleich sind. Ich wünsche, dass du meine Fischspots bekommst. Wenn du nur wüsstest, Bruder, ne? Wenn du nur wüsstest, mein kleiner Bruder. Nein! Nein! Ey, nicht aus nix raus. Leute, wir müssen uns anschauen. Jan, du gehst Slöpfe raus. Wo gehst du hin? Das zählt nicht. Das zählt doch. Na klar war's. Leute. Oh, Theo gönnt 110 Euro. Was? Im Video, Junge. Oh mein Gott. Was geht da ab? Im Video. Oh mein Gott. Ich tischöre fast alles. Wir drehen dann einfach ein Video und der gönnt einfach 110 Euro. Oh mein Gott. Alter. Was geht da ab? Ich merks. Theo, Bruder. Lama. Ja, Leute. Es gibt noch Skin-Contest. Also, wenn man den Code eingeben kann. Lama? Was labert ihr? Sucuk. Oh, bei dir Lama. Hat Sucuk reingeschrieben Lama? Voll viel Lama reingeschrieben. Oh mein Gott, Lama! War am Backieren. Zeig. Nein, geh weg. Ja! Ich komm an Sucuk. Ich schwätze da. Berat, wo ist das Lama? Lama, Berat. Wallah, ich seh das Lama nicht. Jede ganze Shit schreibt Lama rein. Wo ist das Lama? Ich geh in deine Richtung. Die verarschen mich. Nein, bitte nicht. Ich seh es. Als ob. Was? 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 Ich hab selbst keine Ahnung gehabt. Ah, ich hab meine Ahnung geklaut. Das kannst du gerne haben. Was? Nein, Wallah kann im Chat schreiben. Was? Ich hab die Lama nicht. Ich hab alles. Die Lama nicht. Die Lama nicht. Ich hab alles. Die Lama nicht. Ich hab alles. Wer hat sagt Wallah? Was ist denn jeder für Arsch? Ich schreibe jeder für Arsch. Ich schreibe jeder für Arsch. Ich schreibe Lama. Und ich glaube gar keinem. Einzelne ich glaube ist Theo. Was? Wann lasst du das auch nicht? Ah, ich glaub ich seh es. Als ob. Ich glaub ich aber schon außerhalb ich lerfe, oder? Nein, Jan. Bitte belebe mich. Bitte. Ich hab nicht drauf geachtet. Bitte, Jan. Bitte. Jan, komm mal schnell. Oh mein Gott, wie dumm bin ich? Oh mein Gott. Warum achte ich nicht auf mein Leben? Du hast irgendwo einen versteckt, Jan. Nein. Schwer? Guck mal, ey. Ich suche jetzt alles an. Du hast das jetzt, ne? Nein. Weil du auch nicht ehrenlos gemacht hast. Du hast Ehrenmann bei mir gemacht, deswegen. Boah, ich muss mich beeilen, Alter. Damit ich schnell meinen Dings nehmen kann. Oh Leute, ich muss schnell zu meinem Spot. Shit Leute, easy. Easy clap, Leute. Das könnte was werden. Du gewinnst den Chilch zum ersten Mal in deinem Leben. Ich werd gewinnen diesmal. Du Chilch beim Lagerfeuer, du Ehrenloser. Da hab ich doch. Shit Leute, chill. Ich muss gewinnen. Bei mir wird kritisch. Ach, ich gewinn die Challenge wieder, ja. John, red mal ein bisschen lauter. Ich glaub, ich gewinn die Challenge easy, ohne. Ich glaub nicht. Ich glaub schon. Ich glaub nicht, Johnny. Ich glaub nicht. Ich glaub nicht, Johnny. Oh, so mach 5er Tipps. Zares, Dankeschön für dein Euro, Brudi. Boah, ich darf nicht wieder sterben, ne. Ja. Ist auch lust. Boah, John, viel Leben hast du. Ja. Das ist die geilme Frage, Johnny. Hast du auch was versteckt? Oh, hast du da Sackfische kennst? Oh. Ich guck mich irgendwie gar nicht. Du weißt schon, ne. Da liegen zwölf Minifische und acht Flossen. Das war Spaß, da liegt nicht so viel. Oh mein Gott, ich hab gleich gar nichts mehr. Leute, ich glaub, ich gewinn das nicht. Ich schau auf alles, ich mein das im Ernst. Ach, wunder mal viel. Ja, kann man. Als ob. Ja, kann man. Als ob. Ja, kann man. Als ob. Ja. Oh mein Gott, Leute. Wenn ich jetzt wieder verliere, ne. Vorbei. Ey, das ist nicht knapp. Aber viel hast du noch. Was hast du noch? Was hast du noch alles, John? Ey Leute, das wird so knapp, ne. Ich hör, das wird so knapp. Oh mein Gott, oh mein Gott, mit zwei Apers gesehen. Nein. Ah, ich kann das, glaub ich, nicht mehr gewinnen. Ich hab nicht mehr so viel, ich schwöre. Ja, der war wichtig. Ja, Alter, nur noch so wenig, Schatz. Ja, ich schwöre. Ich hab nicht mehr so viel, ich mein das im Ernst. Oh, nur noch zwölf Fische, Leute. Leute, was soll ich machen, nur noch mit zwölf Fischen. Zwölf? Nein, ich hab den gerade genommen. Ich hab noch einen Slurpfisch, eine Flosse und einen Dings-Normalfisch. Oh mein Gott, Leute. Ey, ich hab noch drei Floppa. Ja, komm zu mir, vielleicht gewinnst du das mit meinen. Nimm meinen Lohn noch, ich schwöre es dir. Oh mein Gott, Leute, ich hab schon wieder gegen Can verloren. Mann, ich kann doch nicht jede Challenge verlieren, Alter. Ich mein das mit meinem Ernst. Kann doch nicht wahr sein, dass ich jede Challenge gegen den verliere, ey. Oh man, Leute. Na, Leute, wir gucken kurz Can zu. Der hat nur Hoffnung, dass der das irgendwie holt. Leute, wir sind fast 1300 Zuschauer um halb elf, Alter. Was geht da ab? Das ist aber die krassesten. Das wird nicht sein Mann. Also meint ihr Can, macht das? Ich weiß nicht, ob du das schaffst. Leute, es wird noch so viel geändert. Ihr fragt mich ja gerade alle. Leute, Hintergrund wird geändert, die kommt noch so eine Kommode hin. Facecam kommt morgen oder übermorgen eine neue. Kommt eine richtig geile Facecam. Ich komm jeden Sekunden länger, als du überlebe, du Boss. Junge, was soll ich machen? Du bist ja auch ein Junkie in dem Spiel. Das steht am Lagerfeuer. Neue Facecam kommt hin. Hier kommen noch ein paar Monitore hin, Leute. Und dann passt das. Ihr werdet, das ist dein erstes Video zum Cutten. Und nun mal gewinne ich das wieder. Boss. Schnell. Ja, Can, du hast gewonnen. Okay, verstanden. Ey Leute, geht der Ton so klar vom Stream, weil ich das Mikro noch nicht richtig eingestellt habe? Schmeister, Blatt. GG an Can. Wo sind meine 100 Euro?